Versteckt oder nicht, ich komme! Samuel? Samuel, ich seh dich! Das kann gar nicht sein, dass du mich gesehen hast, dann hast du geschummelt! Nein, hab ich nicht! Entweder du ziehst jetzt nochmal, oder schlag dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Bleib stehen, ich hab dich gleich! Fangen wir ihn an, das! Verpiss dich! Verpiss dich! Hab dich! So, das war's, jetzt reicht's mir. Jetzt hol ich meinen Papa, der ist bei der Polizei, der verhaftet dich, der knallt dich ab! Echt? Mein Bruder ist in der 11. Klasse, der kann nicht einfach schlagen! Übertreib doch mal nicht so!